servus liebe leute und willkommen zu warface schön dass ihr mit dabei sein und mit dabei habe ich den chris gold und in senior bleddy bleddy spielt das erste mal chris und ich habe schon mit was sie zusammen aber wir machen jetzt noch mal die einfache mission also den koop weil wir länger schon nicht gespielt haben und ja deswegen werden wir jetzt wieder links geht los jetzt geht es geben wir mit und metheu 57 auf punkte haben die heftige zeichen ja auch pro gama läuft bestimmt man darf andere spieler kolbaskar 2 ist auch nicht mal fertig hat mich mal angefangen wahrscheinlich ist dann haben sie gerade aus dem laufrad geflüchtet töte feinde mit richtminen die dinge heißen claymores hier steht als tipp oder was auch immer töte feinde mit richtminen das steht bei mir auch das heißt aber claymores je länger du spielst umso mehr starke inhalte schaltest du frei drücke im sprint f um zu sliden naja wie beginnt geht doch johu 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 ja toll er schießt schon den heli kaputt ja ja feinde das sind unsere Verbündeten oder jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr ja du kriegst das unser bestes feld lot ja 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 da darf ich auf jeden fall nicht von wegrennen hier macht das hier so dass ich vor den und kürzer macht sauber ich hätte nicht snyp wählen soll nicht wirklich ich komme hier nicht zum schoss ich versuche es aber ich sehe kein hier aber blitt hinschießen überwärtschecken so aber er die mit der herr der bledding in einem trader boy zwar wieder falsch war noch ein sniper hinter uns gemacht ich komme hier nicht zum schießen sag ich doch ja wenn man schneifern nimmt ist klar aber drei kills schon gemacht ja ich bin überbruch da gibt es andere waffe bei mir okay ja ich renne gerade falsch die erste mission ist einfach relativ easy wie sie 6 verbessern kehlens blöde hier ja weil ich auch nicht schießen darf 7 da habe ich noch ein assist gekriegt obwohl das eigentlich ein headshot war meiner ansicht nach zieh mich hoch komm sauber ist wieder eine andere waffe 5 6 blöde kann er was wir sagen umgefallen er hätte jetzt hier oben mit und da oben für diese wache in raketenwerfer ja besser als oder zu snipern nee nicht wirklich ach so aber ich nehme da mit ich bin schwer verwundet das ist schlecht ja 7 jetzt wird das unser wach immer auf komm Chris machen wir keine Striff hier ja wir haben ja Zeit zu spät ich hätte mal nachladen sollen das wäre was vom Vorteil ne also gehalt Gott sei Dank Gott sei Dank schieß ich hab ich ouch ja so ist Gott sei Dank Neun Ha Zehn Oh keine Muniz schaue Und zwölf Die Lauf doch! Echt der da an der scheiß Treppe fest Ich auch Elf Ja ich kann nicht verschießen Dann können wir jetzt noch mehr Mach ab Was war denn was? Dann aktiviere ich das mal Ja ich muss die Munition machen Ja wo denn? Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert Ja gut Ein Soldat kann auch Munition geben Also so ist er nicht Chris Oder Arter Ja Ist das richtig? Ich wollte es nur gesagt haben Aber ich hatte ja noch Wäre hilfreich gewesen Ich habe es gestellt Hey Wird kaputt Ja Wo sticht da auf ich der Brenner Weil das kann Wieso Wach Zwölf Kommt der denn her Achtung Scharfschützen Verlass uns aus dem Terrain und greift aus der Deckung an Der Müller ist unterwegs Auf Evakuierung vorbereiten Glaublich hier draußen wärst du jetzt sinnvoll Bitte? Diesen Scharfschützen Mach die mal weg 13 13 13 stehe ich auch Aber ich treffe jetzt keinen mehr hier Ich bin der Erste der weg ist Gar nicht Doch Nein Ich war vorne Natürlich Wollen wir wieder ausschießen? Natürlich Ein Massaker Ich will gerade eine Granate schweißen Ja Ja Das war's Das war die erste leichte Mission Hitzewelle von drein Wenn es euch gefallen sollte Dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung Das war's schönes da Und ansonsten habt einen wunderprächtigen Tag Ciao Tschööö